Grüß dich und herzlich willkommen zum neuen Video und zwar Kriegsplan, bringt der den Crash oder ist es alles nur eine Farce? Wir haben ja momentan die ganz, ganz große Kriegspropaganda, die durch den Medien läuft. Mein Team hat entsprechend wieder recherchiert und ich will dir im Video mal kurz zwei, drei Zusammenhänge bringen. Einmal mit der Kriegspropaganda, die wir durch die Medien wahrnehmen. Was steckt dahinter? Was ist der Plan? Was hat es mit dem Thema, mit dem lieben C-Thema auf sich? Ja, weil das Ganze natürlich abflacht und bringt ein Kriegsszenario oder eventuell Corona? Bringt es einen Crash? Was sind die wahren Hintergründe? Oder auf was müssen wir uns denn hier gefasst machen? Ja, so, also steigen wir mal ein. Und zwar 12. Februar, Kriegspropaganda. In vier Tagen ist Krieg, USA ein Datum für russischen Angriff auf die Ukraine. Sprich 16. Februar, das bedeutet heute, wo das Video rausgeht. Also perfektes Timing. Nun haben die USA an Medien durchsickern lassen, dass sie ihre Verbündeten am Freitag von einem russischen Angriff am 16. Februar gewarnt haben. Der Umfang der an die Medien durchgestochenen Informationen zeigt, dass die Meldungen in die Medien gelangen sollten. Ja, also man macht das ja ganz gezielt oftmals. Die Warnungen der USA haben auch folgen, denn seit Samstag häufen sich die Meldungen, dass immer mehr Staaten ihre Bürger auffördern, die Ukraine schnellstmöglich zu verlassen. So, Belege dafür gibt es natürlich wie immer keine. So, interessant wurde, jetzt kommt es natürlich, Spiegelartikel, wem gehört der Spiegel? Einfach mal recherchieren. Jedoch im nächsten Absatz. Auf welchen Informationen die scharfe US-Warnung fußt, war in Berlin zunächst nicht zu erfahren. Allerdings hieß es, die US-Darstellungen seien sehr detailliert gewesen, mit vielen Quellen untermauert worden. Ganz offensichtlich haben die USA ihren Verbündeten keine Belege für ihre Behauptungen vorgelegt, dafür aber detaillierte, frei erfundene russische Angriffspläne. Dass man sagt, okay, der liebe Putin bereitet sich ja massiv vor und möchte einen Krieg anzetteln. Also er ist der Aggressator und die ganzen Medienkampagnen fußt also auf einer blumigen Warnung, für die kein Beleg vorgelegt wurde. So, dann russischer Botschafter. Das war auch dementsprechend die Tage. Kanadas Waffenlieferungen an Ukraine werden Konflikt verschärfen. Soweit ich das mitbekommen, hat ja unsere liebe Verteidigungsministerin 5000 Helme organisiert für Ukraine und hat gesagt, wenn das nicht reicht, dann backe ich für euch auch noch einen Blechkuchen. Gibt es ja schöne Memes, dementsprechend. Die Entscheidung der kanadischen Behörden, Waffen an die Ukraine zu liefern, wird den Konflikt nur verschärfen, erklärte Oleg Stepmanov, Russlands Botschafter in Kanada, der Nachrichtenagentur TASS. So, er betonte, jegliche Waffenlieferungen in einem Land, das einen ungelösten, internen, bewaffneten Konflikt hat, sind inakzeptabel. Dies trägt nicht zur Schaffung von Frieden bei, sondern verlängert und verschärft nur den brudermörderischen Konflikt in der Ukraine selbst. Also, man muss in der Vergangenheit einfach anschauen, wem hilft ein Krieg, was ist die Sinnhaftigkeit dabei, Kibono, das ist das wichtigste Wort, oder aus dem Lateinischen, wem nützt es? Also, wer hat den Nutzen davon, dass das Ganze entsprechend genauso läuft und durch die Medien propagiert werden? Also, immer entsprechend hinterfragen. So, Washington fordert US-Bürger auch zur sofortigen Ausreise aus Weißrussland auf. Ja, US-Außenministerium hat am Montagabend eine Reisewarnung rausgegeben für US-Bürger, die gewarnt werden, doch bitte auch in Weißrussland auszureisen aus der Ukraine, weil wer weiß, es könnte ja was passieren. So, dann gab es natürlich sofort am 15.02., sprich gestern, also das Video ist tagesaktuell, heute geht es raus, Entspannung in Ukraine-Krise. DAX erholt sich deutlich von Vortragsverlusten. Das sieht man erstmal massiv, wie durch die Medien, durch Informationsflüsse von einem auf den anderen Tag ein DAX massiv einbricht, um mehrere hundert Punkte unter die magische 15.000-Punkte-Markte gefallen ist und plötzlich, die Truppen werden zurückgezogen, es entspannt sich die Lage und zack, geht der DAX entsprechend wieder 500, 600 Punkte hoch. So, Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Nach Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax zieht Russland offenbar einige Truppen im Süden und Westen in die Kasernen zurück. Ja, wir haben hier mit der Beleuchtung gerade ein massives Problem. Jetzt schalten wir mal kurz aus. So, wir sind wieder zurück. Licht aus, spottern. Ja, also, nach Einschätzung der Ukraine ist eine russische Invasion vorerst abgewandt. Putin selbst sagt ja ständig, dass er ja überhaupt gar keine Ambitionen hat, in irgendeiner Form in der Ukraine oder irgendwo in irgendein Land einzumarschieren, sondern dass die Tests, die gemacht wurden, einen ganz anderen Hintergrund haben. Da kommen wir auch noch drauf zurück. Es ist uns und unseren Verbündeten gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten, sagt der Außenminister Mitro Kuleba am Dienstag in Kiew. Es ist bereits Mitte Februar und Sie sehen, dass die Diplomatie weiter funktioniert. Ja, die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sakharova, schrieb im sozialen Netzwerk Telegram, der 15. Februar 2022 wird als Tag des Scheiterns der westlichen Kriegspropaganda in die Geschichte eingehen. Der Westen habe sich blamiert. So, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Faktes seins, der DAX ist in kurzer Zeit von 15.400 Punkte, 15.100 auf 14.844 Punkte eingebrochen. Und jetzt innerhalb von zwei Tagen oder 24 Stunden, müssten wir jetzt schauen, wie der in Frankfurt direkt startet, Tagesschluss gestern Abend waren 15.400 Punkte. Ja, also sehr, sehr spannend. Ich kann mich noch sehr gut an die Vergangenheit erinnern, in den letzten 10, 15 Jahren, wie durch entsprechende Propaganda, durch Medien entsprechend sehr, sehr schnell die Börsen eingebrochen sind und haben sich sehr schnell wieder erholt. So, wichtiges Thema für uns natürlich Nord Stream 2, der amerikanische Wirtschaftskrieg gegen Deutschland. Ja, da muss man die Zusammenhänge verstehen. Der kriegt dann nur einen Einspieler, was von amerikanischer Seite, von Joe Biden, so aktuell das wichtigste Instrument ist. Während die USA weiterhin Millionen Tonnen Öl direkt aus Russland kaufen, stellt sich Joe Biden im Oval Office vor die versammelte Weltpresse und verkündet, dass eine Eskalation in der Ukraine-Krise das Aus für die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 bedeuten würde. Der deutsche Bundeskanzler steht wie ein Schuljunge daneben und schweigt. Unser lieber Olaf, ja, das ist das, was er aktuell mit Bravour meistert, schweigen, dastehen und den russischen PCR-Test nicht akzeptieren wollen. Ja, gestern habe ich ein Bild gesehen. Ja, den PCR-Test möchte er nicht, aber eine Impfpflicht möchte er einführen, dass jeder entsprechend mal versorgt wird. Russland ist drittgrößter Öllieferant der USA, also die USA selbst hat massiv an Öl, trotzdem ist Russland der drittgrößte Öllieferant. 2020 hat Russland fast 27 Millionen Tonnen Rohöl in die USA exportiert. Das sind pro Tag 538.000 Fass und stellt eine Steigerung zum Jahr 2014 von 63 Prozent dar. Wir sprechen hier über eine Größenordnung von rund 200 Millionen Fass je 159 Liter pro Jahr, Tendenz steigend. Und ihr kriegt hier einen direkten Einspieler rein, was das große Ziel ist seit Jahren der USA, um das Bündnis zwischen Russland und Deutschland entsprechend, ja, oder diese Bindung zu verschlechtern. Und die Frage ist auch wieder hier, Kibono, wem nützt das? Wir haben andere politische Interesse. So, der primordial Interesse der USA, über die für ein Jahrzehnt, wir kämpfen, das erste und zweitete Kulte war, ist die Beziehung zwischen Deutschland und Russland, weil wir uns uniteden sind, die einzige force, die uns zu schützen können, und zu machen, dass das nicht passiert. So, und jetzt ist natürlich das Entscheidende ja zu wissen, okay, was war denn das Ziel von Putin? Putin hat einfach gesagt, ich möchte einen Testballon starten, um zu schauen, wie kann ich mich entsprechend verteidigen, warum, wenn ein NATO-Angriff stattfinden würde. Weil wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, wie die NATO-Stützpunkte entsprechend um Russland, oder Russland entsprechend eingekreist hat, oder die wichtigsten Punkte, und sich immer mehr Russland genähert hat, da muss man sich das wirklich auch bildlich vorstellen, dass, stellt euch einfach vor, ihr seid zu Hause mit eurem Lebenspartner, Ehepartner, Ehepartnerin, what else, ja, seid ihr zu Hause, plötzlich kommen einige, ich sag's jetzt mal, Verbrecher, und wollen das Haus stürmen oder positionieren sich mit Waffen, und ihr guckt aus dem Fenster und sagt, hm, okay, also, ich glaube nicht, dass die gekommen sind zum Abendessen oder zum Candlelight-Dinner, sondern die wollen ja irgendwas von mir, ja, wollen die mir Angst einjagen, was ist der Plan? So, jetzt schaut ihr entsprechend zu Hause, was haben wir denn für Möglichkeiten, uns zu verteidigen. Wir wetzen die Messer, wir schauen, haben wir noch eine Waffe da oder Ähnliches, und jetzt geht die Kamera drauf und sagt, ah, ihr bereitet euch also entsprechend vor für den Krieg, und ihr wollt irgendjemand angreifen. Das ist die Story, die in den Medien seit Jahren läuft, und das ist entsprechend die Wahrheit. Da muss man einfach mal nur recherchieren, wie würdet ihr euch als normaler Mensch entsprechend da vorbereiten. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Schwenk, weil eine Kriegspropaganda hat immer entsprechend super funktioniert, um darauf aufzubauen, hey, wir haben mit dem Geldsystem natürlich ein massives Problem, und Menschen haben auch mehr Angst wahrscheinlich noch vor einem Krieg, um ihr Leben sich zu fürchten, anstatt vor einer Pandemie oder Ähnliches. Und das ist auch der Hintergrund, da ja momentan in Europa und auch in aller Welt die Corona-Maßnahmen sukzessive gelockert, entschärft oder komplett wegfallen. Nur, im letzten Video habe ich es schon erklärt, der Deutsche und der Österreicher aktuell noch massive Sanktionen haben, Restriktionen gegen die Bürger. Deutschland hat ja noch mal, ich glaube, 500, wie viel? 550 Millionen Impfdosen bestellt, ich weiß nicht, was da geplant ist, wenn wir 82 Millionen Bürger haben, aber das ist ja ein anderes Thema. So, und jetzt müsst ihr euch schauen, wenn natürlich das alles gelockert wird und langsam ausstirbt, dann muss man natürlich ein neues Kaninchen aus dem Hut zaubern. Das ist leider Gottes die Strategie. So, Dänemark will Impfkampagne beenden, keine Booster für Kinder. Ja, man merkt, die Verläufe sind mild, es passiert relativ wenig, und wenn man schaut, der Grund, 81 Prozent der Bevölkerung sind zweifach geimpft, 61 Prozent haben einen Boosterschuss erhalten. Zum Vergleich, in Deutschland sind knapp 75 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft und mehr als 55 Prozent wurde eine dritte Dosis verabreicht. Deutsche Behörden gaben zudem mehrfach an, die Impfquoten in Deutschland würden in Wahrheit noch höher liegen. Lustigerweise hat ein Freund vor kurzem zu mir gesagt, weißt du, Tobias, wenn wir eine Pandemie hätten, dann gäbe es einen Schwarzmarkt für Impfungen, nicht für gefälschte Impfpässe. Ja, habe ich gedacht, ist was Wahres dran. Naja, Mallorca macht sich locker. Die Tourismusbranche fängt wieder langsam an zu boomen aufgrund der Lockerungen. Ja, Mallorca macht sich locker. Inselurlaub bald wieder wie früher. Auf den beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen tut sich einiges. Sommersaison soll 2022 wieder deutlich normaler ausfallen. Die Corona-Regeln werden massiv gelockert und sogar der Megapark am Ballermann will wieder öffnen. Mallorca schafft 3G-Regel in Gastronomie ab. Am 12. Februar ist das gefallen. Ja, das heißt, man kann wieder in Restaurants, Café, Bars, Fitnessstudios und außerdem wurde die Maskenpflicht im Freien entsprechend aufgehoben. So, und da das ganze Thema einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wenn man vor allem mal schaut, wie die zwei Bioncash und Moderna Impfstoffhersteller, wie die Charts waren die letzten sechs Monate, bei Biontech oder Bioncash, mittlerweile könnte man sagen Bioncrash, minus 52,4 Prozent, bei Moderna 59,9 Prozent. Dann muss man sich die Fragen stellen, ist da das Vertrauen noch so groß in dieses Thema oder lässt halt langsam nach, ja. Corona-Paugenschlag, Impfpflicht in Deutschland steht offenbar auf der Kippe. Das wurde ja vom Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal dieser Eilantrag, dass es keine Impfpflicht geben soll für Pflegekräfte, wurde ja erstmal nicht stattgegeben. und wir müssen mal gucken, wo die Reise diesbezüglich hingeht. Und jetzt kommt es natürlich, und ich sage es immer wieder, dieses ganze Thema, C-Thema, Kriegsthema, die Wahrheit ist eine komplett andere. Die Wahrheit ist, dass wir ein exponentielles Geldsystem haben oder eine Geldvermehrung, das sich massiv aufbläht. Die Zentralbanken haben ihre Bilanzen alleine in den letzten ein, zwei Jahren mehr als verdoppelt, das heißt, die Schuldenspirale geht massiv hoch und es werden einfach nur große Vermögensumverteilungen von Arm nach Reih stattfinden. Wir haben eine massive Inflation, ja. Hier zum Schluss auch nochmal, endlich gibt es auch Lagarde zu, Teuerschock, schlimmer als erwartet am 11.02. Ja, jetzt ist offenbar auch bei ihr der Groschen gefallen. Christine Lagarde, 66, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, EZB, ist ja mehrfach verurteilt, ja, war ja IWF-Chefin, ist verurteilt, ja, und ist jetzt EZB-Chefin, gibt erst mal zu, der Teuerschock ist mit 4,9% im Januar schlimmer als erwartet. Es kann sein, dass die Inflation höher ausfallen wird, als wir im Dezember prognostiziert haben. Das werden wir im März analysieren und dann weitersehen, sagte die Währungs-Wahrheits-Wahrheits-Wahrheits-Währungs-Hüterin in einem Interview mit dem RND. Grund seien vor allem die explodierenden Energiepreise. Ja, an was das wohl liegt, ja, wenn Nord Stream noch die Pipeline wegfällt, ja, haben wir natürlich ein massives Problem. Die EZB habe aber nicht alleine falsch gelegen. Oh, toll, es hat auch ein anderer Experte falsch gelegen. Kein vorübergehendes Phänomen. Lagarde gibt aber auch zu, die hohen Energiepreise sind kein vorübergehendes Phänomen. Die werden uns noch eine Weile erhalten bleiben. Herzlichen Glückwunsch. Das Preisniveau ist aber jetzt schon sehr hoch, deshalb würden sie nicht mit der gleichen Dynamik weiter steigen. Und darum werde sich die Inflation verlangsamen. Es ist aber schön, dass wir da kein exponentielles Wachstum haben, wie beim Geldsystem aufgrund des Zins und Zinseszins. Und Lagarde könnte Leitzins anheben, aber nicht sofort. Ja, was eine Leitzinsanhebung für eine Bedeutung hätte, da mache ich mal ein separates Video draus, weil würde nur um ein Prozent erhöht werden oder sukzessive in den nächsten zwei, drei Jahren um zwei Prozent, dann würden 30 Prozent der Unternehmen alleine in Deutschland pleite gehen, weil sie sich nur refinanzieren über die günstigen Zinsen. Das hat ja alles einen Domino-Effekt. Ja, Lagarde, lange hat die EZB-Chefin das Drängen einiger Experten und Expertinnen auf eine Zinswette abmoderiert. Vor dem Europaparlament findet sie nun klarere Worte, kündigt aber gleichzeitig ein behutsames Vorgehen an. Ja, zunächst zu Lagarde, rechnen Sie weiter mit hohen Inflationsraten. Die Inflationsaussichten sind zwar ungewiss, aber sie werden wahrscheinlich länger auf hohem Niveau bleiben, als bisher erwartet im Laufe dieses Jahres, aber zurückgehen. Ich sehe hier erstmal kein Ende in Sicht, weil nochmal, wir haben exponentielles Geldsystem und solange du dein Vermögen und dein Kapital in dem Geldsystem hältst, in Geld getauscht hast, also alle Geldwerte, auf der Bank, auf dem Bausparvertrag, Lebensversicherung, Rentenversicherung, teilweise ETFs, muss man einfach schauen, alle geldbasierenden Finanzprodukte sind zum Scheitern verurteilt. In dem Zinsspiel bist du immer der Verlierer. Ich erkläre das konkret in meinem Videokurs, 70 Minuten High Class Content ist unten verlinkt, klick da mal drauf, kriegst du alle Einblicke, wie investieren die fünf reichsten Menschengruppen, wie schützen die sich, warum gibt es diese Vermögensumverteilung, warum gibt es diese Krisen und vor allem Insider-Informationen von der Finanzindustrie, dass du nie wieder abgezockt wirst. Deswegen teil gerne das Video, lass einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ganz liebe Grüße, dein Tobias Rethaber, Cashflow-Experte Nummer 1.